Neues Jahr, neues Outfit für meinen Kanal. Ich hoffe, meinen YouTube-Auftritt dadurch attraktiver zu machen und seinen Wiedererkennungswert zu heben. Es beginnt damit, dass neue, kurze Intros für die unterschiedlichen Playlists in unterschiedlichen Farben kommen. Ich lasse diese im Laufe dieses Videos beim entsprechenden Thema durchlaufen. Aus Mehl mir mal Müll wird die Playlist Betrugsversuche per Skriptum. Denn hier gibt es in Zukunft nicht nur E-Mail-Scammer, sondern auch alles andere Geschriebene. Also auch alles, was über WhatsApp oder andere Messenger reinkommt. Zum Beispiel auch Nachrichten aus Verkaufsplattformen oder Social-Media-Seiten. Weiterhin nicht nur mit komplett erzählten Fällen, sondern auch vereinzelten Videos über die schrecklichen sogenannten Dokumente, welche die Scammer mitschicken, sowie Videos über die kreativen Vorstellungsschreiben der Betrüger. Sozusagen der erste Kontakt. In der Playlist Betrugsvarianten aus aller Welt werden nicht mehr nur Beispielvideos gespeichert, sondern auch Erklärvideos zu betrugsbezogenen Begriffen, unter anderem auch in Form von Serien wie etwa zum Thema Social Engineering. Ich arbeite zwar noch an einem Streamingplan, aber der Start meines Twitch-Kanals kommt ebenfalls. Mit Aufklärung und Reaktionen auf betrugsbezogene Videos und Fernsehsendungen, sowie Interaktion mit Zusern auf meine eigenen YouTube-Videos, falls es Unklarheiten bzw. Gesprächsbedarf gibt. Auszüge aus den Twitch-Streams gibt es dann auch unregelmäßig als YouTube-Videos. Die kommen dann in eine neue Playlist mit dem Namen Genugbetrug informiert und analysiert. Jedenfalls kannst du mir jetzt schon auf Twitch folgen, damit du den Start nicht verpasst. Link ist in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch den Videoveröffentlichungszeitplan umgestellt. Die Betrugsversuche aus dem Callcenter kommen ab Januar nicht mehr Freitagnachmittag, sondern jeden Sonntag um 10 Uhr Vormittag. Ich habe Unmengen an Material für die geschriebenen Betrugsversuche, weshalb ich in Zukunft mehr als nur ein Video pro Woche zu diesem Thema bringen möchte. Allerdings sind diese am aufwendigsten zu produzieren. Und wegen dem unterschiedlich langen Zeitaufwand kann mal eines in der Woche kommen, die nächste Woche aber vielleicht 3 oder 4. Allerdings verpasst du ohnehin kein Video, wenn du bei deinem Abo auch die Glocke aktivierst. Die prominenten Betrugsfälle der Geschichte aus der Playlist Scam History kommen ab Jänner bis auf weiteres immer freitags um 16 Uhr, sofern vorhanden. Nicht jeder Fall ist geeignet für ein Video, aber ich versuche den Termin lückenlos zu füllen. Die anfangs erwähnten Videos zu Betrugsvarianten aus aller Welt kommen dann jede Woche zwischen Montag und Donnerstag, abhängig davon ob es Einzelvideos oder Serien sind. Hier wäre die aktivierte Glocke wieder von Vorteil. Was ich 2024 auf jeden Fall forcieren möchte sind die Videos über Berichte meiner Zuseher, welche auf Betrügereien gefallen sind. Ich denke, dass die Interaktion auf Twitch vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen wird, seine Geschichte erzählen zu wollen, um andere zu warnen. Wie in meinem Kanalvideo auf YouTube erklärt läuft das natürlich diskret und anonymisiert ab. Und dann sehen wir mal, was das Jahr 2024 noch bringen wird. Vielleicht noch die eine oder andere Idee zu betrugsbezogenem Content. Vielleicht viele Interessenten, also Abonnenten auf Twitch und YouTube. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das neue Jahr euch Gesundheit, Liebe und Freude bringt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage Servus bis zum nächsten Video.